Es war die Geburt von meinem Sohn. Es sind zwei Spiele und zwar beide Relegationsspiele gegen Würzburg. Ich mich hier einfach wohlfühle. Meine Mutter. Cordon Bleu. Bier. Das waren die beiden Aufstiege mit dem MSV. Meine impulsive Art. Feier wieder den Sieg mit unseren Fans. Kann es sein, dass ich erst sehr spät zum Schlafen komme. Hoffe ich, dass viele Weggefährten zu mir kommen. Hoffe ich, dass ich dem Sport treu bleiben kann. Ja, in irgendeiner Form. Ja, in irgendeiner Form. Ja, in irgendeiner Form. Ja, in irgendeiner Form.